Wir haben ab Februar jetzt neu unser Kombiticket mit Mönsbergaufzug und mit Wasserspiegel, beides Angebote der Salzburg AG. Und der Wasserspiegel, der ist ja eine sehr, sehr interessante Ausstellung rund um das Thema Wasser, ist auf der einen Seite Teil des Hochbehälters und auf der anderen Seite mit Stationen, interaktiven Touchscreens mit Exponaten und mit Erklärungen zum Thema Wasser zur Wasserversorgung und auch Möglichkeiten Wasser zu verkosten und Informationen zur Herkunft des Wassers zu bekommen. Eine sehr, sehr interessante Ausstellung rund um das Thema Wasser, das wir jetzt ab Februar jeden Sonntag für Besucher öffnen und anbieten möchten. Mönsberg Lift und Museum der Moderne sind ein einzigartiges Angebot, das wirklich in die Salzburger Altstadt passt. Mit dem Mönsbergaufzug hochfahren und dann dieses einzigartige Panorama genießen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kultur und Kulinarik im Museum der Moderne in Verbindung mit dem Restaurant M32 zu genießen. Das gibt es jetzt ab Februar neu mit unserem Kunstpaket. Zusätzlich bekommen Sie am Vormittag noch ein Kunstfrühstück dazu und am Nachmittag einen Kunstsnack und haben die Möglichkeit auf drei Etagen moderne, zeitgemäße Künstler zu erleben und deren Werke zu besuchen.